hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum playday are billions wenn wir zwei wege zu gehen so wie es ausschaut sonst nichts mehr was mich eigentlich wundert weil ich hätte eigentlich gedacht das hier unten vielleicht noch etwas aber nein es geht einfach hier über die küche wahrscheinlich gibt es hier noch einen punkt im höchsten fall danach müssen wir oben lang gehen weil das ödland der gigant mit scho 5 ist ein bisschen heftig deswegen machen wir zuerst el dorado schwächkeitsstufe 4 was ist denn das unsere kundschaft haben ein enormes gold vorkommen auch als el dorado bekannt entdeckt dieser region unter seine kontrolle bringen um den abbau des vorkommens da voranzutreiben zerstöre das antike bergwerkdorf welches von intensierten belagert wird das gold für den ruhm es im berufs ab äußerst gefährlich interessierte wurden dort gesichtet beträgt das dorf nur mit einer schlagkräftigen armee gold produktion von 8000 und kolonierbevölkerung von 1800 zeit 80 tage wir müssen einfach nur gucken dass wir hier mehr gold bekommen so da gucken wir aber mal und sagen jetzt machen wir was ganz interessantes und zwar gehen wir runter und sagen ich möchte extra gold haben und ich möchte extra holz haben weil ich möchte schneller vorankommen im leben eisendransport ist auch eine interessante transport waren aber doch mehr gold bahn hat der transport dann kannst du folgende boni eine wespe oh gottlose wespen ist natürlich auch gut aber das ist schon gar nicht mal so schlecht wenn wir hier gold und holz einfach so bekommen jetzt mal wenn das gute zügelein herankommt mir immer gesagt vertraue auf gott und da wirst du beweisen und jetzt ist ja tot deswegen tue ich mein glauben in einen titan stecken finde ich gut wie sogar sehr gut hat was hat sehr viel sogar 8000 gold das ist viel das ist sogar richtig viel wir haben sogar mal ein sniper hier ok ojie 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 ok wir sind auf jeden fall mal weiter wir haben die goldstadt ok also wenn wir einmal hier drin sind haben wir unser gold würde ich jetzt quasi mal behaupten ok das heißt ihr hier geht kollektiv mal dort drüben ihr bleibt mal hier stehen denn es ist könnte ein bisschen gewächern und zur gaudi sagen wir dann es ist ein bisschen doof moment also hier möchte man auf jeden fall ein bisschen was hinhaben wie wäre es denn wenn wir die zeit einfach hier hinstellen von der anfang an ich glaube das könnte doch gar nicht mal so schlecht sein wenn man davon abgeraten der mehr davon ab oder und ihr werdet ihr werdet alle schon hier ihr braucht sonst irgendwo hingehen aber das ist das sind echt viele das sind massiv viele momentan können wir noch drei also brauchen noch ein bisschen mehr gold ok 30 gold ist nicht leicht zu haben ja komm macht es ja nieder ich habe ernsthaft angst ojie das ist gerade ein bisschen gehakt das ist auf jeden Fall eisen das ist auch schon mal gut ok ihr zwei geht mal nach da oben hin das heißt wenn der nämlich anfängt zu schießen mit seiner Sniper ich glaube das kommt nicht ganz so gut das dürfte wahrscheinlich überhaupt gar nicht gut ankommen ähm hier nochmal ein bisschen was und nachdem hier unten frei ist können wir hier noch ein bisschen bauen aber damit nicht mehr rechtzeitig kommen will ich behaupten ganz und gar nicht sogar so was können wir denn machen können wir eine fische denn bauen nein ist zu weit weg können wir das hier hinbauen das würde sogar gehen aber ich möchte zuerst eigentlich das sägewerk hinbauen und das ist das klügste von der welt das weiß ich es auch noch nicht aber wir werden sehen wir werden sehen oh mehr Orden haben wir auf jeden Fall hier geben wir die Kohle bekommen das ist ja schon mal etwas was bräuchte ich denn eigentlich für ja Kaserne bauen wir Steine das werden wir mal lange zeitig bekommen würde ich jetzt mal so quasi annehmen jetzt könnten wir es bekommen die Frage ist was hier im bauen 11 das war natürlich das beste aber wir müssen hier mit anfangen wir müssen leider hier mit anfangen hilft ja alles nichts wenn wir immer das aufs Eck rum kommt sollt ihr hier dran stehen und einfach eine Stellung halten wenn was kommt die werden es abschieben das passt dann schon wuppalepp halte ich ihn aber auch könnt ihr das bitte nicht machen das wäre ganz ganz frei hier in der Tor so viel können wir noch abwarten so viel müssen wir sowieso abwarten ok warum rennen die jetzt hier schon wieder hört auf zu rennen sterbt lieber mehr das wäre ganz ganz wunderbar in der Natur ihr müsst ja eigentlich schaffen können so weit zu schießen so wenn wir zumindest ein bisschen frei können wir tun auf ein bisschen du hier patrouillierst dann von dort nach dort und ihr geht hier mit rüber wenn wir in dem Bereich irgendwie klar bekommen jetzt sagen wir noch hier bitteschön weil ich weiß kann da jemand hin da kann keiner hin nein da kann keiner hin wie schön bauen wir bitte eine kleinigkeit hier hin so passt jetzt passen hat luft alle man hier rüber von da kommt hoffentlich noch nichts von unten könnte demnächst vielleicht was kommen wir nur vielleicht dann wird noch mehr gold ich liebe gold wenn ich so effektiv etwas besser einsetzen könnte aber für den moment leider noch nicht zum beispiel sind die jetzt schon mal fertig aber es hilft es hilft ungemein möchte ich mal behaupten 15 16 ist auf jeden fall nahrung die wir bitterlich gut brauchen können wir noch mal eine weitere sagst mal holz nicht holz müssen spassen wir kommen ein bisschen holz verlagern auch mein so du ihr alle nach unten ihr nach da drüben hin einfach nur töten einfach nur töten bist du umfallen ich sag mal ich hab mordschiss davor die hier einzusetzen ich bin ich echt böse auf jeden fall noch keine kohle um hier weiter zu machen bum 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 und doch hier mal 15 warum nicht und hier noch ein bisserl was hin kommt vielleicht nachher noch nahrungsmittel und sowas in position ähm wie wärs denn mit hier wenn wir es wüssten wie es da weiter geht ich sogar noch weiter hier hingehen aber für den moment müssen wir es glaube ich so belassen ok ich bin ich ich bin es mal dreist ich probiere es mal aus ich habe mehr glück und wir können irgendwie ein bisserl mehr abschießen hier unten was hier irgendwie besser im zaun halten ich weiß nicht so will ich schon einmal weiter schießen einfach nur weiter schließen je mehr er schießt umso glücker bin ich doch schreinerei die schaut sogar bisschen anders gerade aus hm ok warum nicht schreinerei soll es sein aber naja hier ist ein bilderplatz wenn ich hier in der siedlung aufbauen komm dann machen wir es einfach hier was so ist ich bin ja froh wenn ich ein bisserl was erforschen kann besser als gar nix so hier und dort hin ich hätte keinen zugang zu irgendwas so ein stück hier was wie gesagt du und und dort einmal kurz weg machen das haben wir gleich so und sollen ah jetzt ja das geht wieder ok das scheint wieder zu funktionen so wie so schaut passt und eventuell an die goldfeder bis was es fehler bis was ich weiß zu viel schüsse nicht gesund ganz und gar nicht sogar aber zumindest hat verschüsse sollte ja eigentlich funktionieren was passiert denn auf aber sowas und aufpassen so komm ich denn ein bisschen weiter hier hin oh oh hallöchen das sieht vielversprechend aus das sieht doch richtig vielversprechend aus ähm ich bitte doch darum einmal den hier zu bauen wenn das hinten so quasi das ende ist können wir nämlich hier nach unten alles einnehmen für uns oh das wäre super oh das wäre super genial so mal lieber zu kriegen wir doch ein bisschen extra geld hihihi funktioniert 300 da könnte man jetzt sagen gasthaus natürlich auch was für veteranen stimmt gasthaus goldstein ok es ist viel das können wir uns nicht ganz leisten noch nicht zumindest so du gehst da hoch und du gehst mir nach da unten ihr alle schaut dass ich hier was besiegen könnt und du guckst dass du das ding hier so einnehmen kannst ja das sieht schon mal gut aus das sieht sogar richtig gut aus wunderbar ähm wie wärst du mit einmal hier hinten stellen ja bestimmt schon was ab oder 552 naja guck direkt hier in den stellen passt jetzt passt und das luft jetzt möchte ich mal gucken ob da noch was ist wenn wir schon mal unterwegs sind ja das definitiv was okay wie gesagt vielleicht hätte man Glück aber so leider nicht leider nicht nach 16 kommt die erste wave noch an na ok irgendwann muss es ja kommen warum nicht tag 16 so du kommst nach hier oben hin haben wir einen veteran wir haben den ersten veteran ich bin stolz auf meine leute und ich hoffe mal dass von unten irgendwo hier dann schluss ist das wäre schön kombiniert einen weiteren ok das heißt wir könnten ja so quasi nochmal in den baum so 5 8 4 dahin und dann hier 5 hin warum nicht äh holz und energie ok für die nächste heute können wir auf jeden Fall ein Kraftwerk hier unten hinbauen so ihr seid ihr seid hoffentlich glücklich mit der Welt dahinten das ist der Spule genau das bekommen wir das bekommen wir das also wir können nach und nach noch ein paar Brugschützen besorgen mit denen wir dann so ein bisschen hier unten aufräumen können und die Ton liegt auf ein bisschen so da war das Gold weg aber Strom wunderbar das wollten wir noch haben und eine Menge an Strom jähäh die kommen hier ein bisschen haben wir nur ein bisschen nicht so viel da aber ein bisschen der andere der nächste veteran schön 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 also mit dem Extraschub das hätte ich mir auch früher nehmen sollen echt weil ich jetzt ernsthaft das hätte ich mir wirklich früher nehmen sollen ok Energie kommt noch gleich Nahrung ist mir noch ein bisschen was verschoben sowieso schaut das sind die zu arg dran hmmm können wir vielleicht hier irgendwie nochmal hier was inbauen wahrscheinlich hier wenig grad ja das sind langszeichen schaut grad etwas doof aus das heißt wir müssten eigentlich gucken dass wir eine Farmer forschen können ja wir brauchen ganz dringend warm ich muss hier rüber so bin ich schön hier rüber boh 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 ach ein Dorf der verdammt ist sogar da hinten na danke fürs gespräch genau das was ich jetzt so quasi nicht gebraucht habe marktplatz wäre auch eine schöne sache aber ist meine farm für bisschen nahrung da konnte ich gerade so bisschen mehr mit anfangen dann beim nächsten mal sollte eine kaser noch mit drin sein ok jetzt schon mal gut rumpasst genauso was ich wollte dass leute hier umstehen hier wird es auf der verdammten schmiedes dann haben wir gleich ein paar problemchen an der bagge 20 stein kommt um jemand irgendjemand steine einen beiden steine steine danke schön was sagen lasst sie doch mal kommen wunderbar einmal gebaut und 60 da kann man nicht so viel machen haben das ein paar leute gerade übrige ausschaut 8000 moment da war gerade noch wenige los meine güte wenn die sie mal in bewegung setzen haben wir ein problem dann haben wir ein ernst nehmendes problem an der bagge wir hoffen dass es nicht so schnell vergeht gold brauchen wir noch marktpass genau marktpass kommen in 300 gold vielen dank die kann ich wohl gut gebrauchen strom wie gesagt die nahrung die dürfte demnächst dann auch noch kommen mal wie wäre es denn wenn wir hier wir könnten hierhin bauen wir könnten hier bauen warum nicht dorthin bauen so hier so quasi mal zu das wäre nicht das verkehrte ist dann werden schon mal ein bisschen zumindest ein bisschen was verratzelt an oh ja dann zum holz dass wir gerade dort ein bisschen umfallen wunderbar aber übrigens noch nichts nur wegen dem ja die fahrt die farm ist mir schmalert es ist schon mal ein guter anfang dann direkt hierhin was soll es direkt einmal hingeklatscht passt schon minus 1 nahrung ja die kommt ja auch noch keine wahnik die kommt ja noch jetzt wird es langsam gefährlich hinten die zu machen natürlich schön aber das kann man tatsächlich leider nicht machen so jetzt gehst du mal zurück weil ich glaube du willst nur schaden anrichten du könntest wenn dann hier noch ein bisschen was anrichten natürlich gutes kein schaden so was gutes aus mittel sind am kommen und am gehen ok dass du stellst du mal darum hin du gehst hier mit runter und du kommst hier rüber um die flanke jetzt so quasi mal so ein bisschen dicht zu machen das sollte eigentlich schon mal hier passieren passt sie passt und hat luft noch mehr hin hier noch stellen könnte meine riesen ich kann sagen ich meine neben denen das wird schon funktionieren das wird schon funktionieren wunderbar er wird nicht schnell sein aber er wird funktionell sein und das reicht mir auf der stufe erst mal vollkommen aus 150 von noch mehr gold ist krassig machen das noch gleich vielleicht kann man mich hier die mauer freunds dicht machen genau ich schießt einfach ein bisschen weiter rum bei euch ầuiminiersee bisher ist eigentlich noch ein bisschen wenig gerade erst nicht und er hat kaum in klein georg weer georgut kein großer aber ein kleiner wäre ich gut geht auf ihren 50 am marktplatz man hätte den rein machen können wir schon so einiges gewinnen aus der ganzen aktion ja wasch zwei stückchen gibt es schon mal gut rennen nicht dagegen tut nur weh glaubst mir tut nur weh über kümmert das hier mal so in bau können sogar sagen hier noch ein bau und den dort in bau dann lass ich schon mal hinstellen weil manchmal für die ukrainiert zu dort zufällig mini meister aufwand für maximalen erfolg so es ist nämlich du hier meine gutste 12 hier dorthin und hier wird so das so zu sein heißt ja wir lassen einfach so passt schon sitzt passt und hat luft durch jetzt mal der stelle ich sagen dass seine acht arbeiter das geht natürlich nicht weil wir zu mir gezählt haben das ist natürlich nicht schön so wie ich selber nie haben vielen dank und je mehr von euch bekommen können umso glücklich bin ich auch klar können wir dich noch irgendwie austauschen jeb dann kommst du nämlich hier rüber das jung blut so herr und bau noch ein paar leutchen ein paar leutchen ein paar damen wenn es wir wollt so rüber so rüber so rüber gutes so bin complete ist schon mal gut kannst du auch kannst du ein bisschen runterschießen und wir sind hier auch safe so wir haben hier noch ein paar sich tun wir noch holen und wir könnten vielleicht gucken ja das war nicht geplant aber das war wiederum geplant läuft 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 jetzt momentan aus wir sind gerade bei sieben bogenschützen das ist nicht schlecht da können wir mal probieren und bis zu randalieren es ist nicht viel aber es ist etwas das gebäude der marktplatz ist auch schon mal gut und es kommt mir immer noch noch mehr hinterher die ganzen bereiche sind safe für den moment ok noch mal jemand und danach noch mal jemand denn warum nicht so noch mehr hinstellen immer mehr hinstellen immer mehr stellt unmengen leute ja vielleicht soll erst mal die zombies feuchte klein das wäre nicht das schlechteste schon mal auf acht arbeit irgendwie jahre warten jetzt auf kohle warten wir so bis auf kohle ich meine die sind ja recht gut dabei eigentlich so kann man nicht so hallöchen mal jemand nennen so hier guck mal was genug bogenschützen haben dann läuft das alles wie geschmiert lag alle ab lasst mich raten wir haben noch keine 200 kolonisten wir sehen uns wieder so immer wieder so wir sehen uns dann mit dem die 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 Untertitelung des ZDF, 2020